Ein Auftritt wie aus Tausend und eine Nacht. An Tag 2 ihres Staatsbesuchs setzt Herzogin Kate alles auf grün und verschlägt uns vor allem mit ihrem Outfit für den Empfang am Abend die Sprache. Doch dazu gleich mehr. Wer dachte, dass die 37-Jährige bereits jetzt ihre beeindruckendsten Roben aus dem royalen Köfferchen gezaubert hat, der irrt sich gewaltig. Mit der Kombination aus grünem Mantel und weißer Hose setzt die dreifache Mutter bereits am Vormittag in Islamabad ein modisches Statement und ist so auf keinen Fall zu übersehen. Doch ihr Look am Abend ist an Eleganz und Anmut kaum zu übertreffen. In einem bodenlangen Traum in Dunkelgrün entsteigt die hübsche Brünette einer Rikscha. Ja, richtig gehört. Ganz unkonventionell und doch traditionell werden William und Kate in einer prunkvoll geschmückten Rikscha zum Termin kutschiert. Doch auch trotz der bunten Farben des Gefährts haben wir hier nur Augen für die Herzogin. Das kräftige Grün harmoniert hervorragend mit Kates leuchtenden Augen und bringt ihren strahlenden Tint perfekt zur Geltung. Die majestätische Robe ist über und über mit Glitzer und Pailletten bestickt und funkelt nur so im Blitzlichtgewitter. Auch die Accessoires hat Kate auf ihr Kleid abgestimmt, ebenso wie Ehemann William. Der hat sich mit seinem traditionellen Gewand farblich natürlich an seiner Gattin orientiert. Und auch wenn er ihr hier mit Sicherheit nicht das Rampenlicht stehlen will, kommen wir nicht umhin, dem Queen Ankle ein Kompliment auszusprechen. Nicht nur in Anzug und Krawatte macht der Bruder von Prinz Harry eine tolle Figur. Auch im traditionellen südasiatischen Look ist er eine echte Augenweide. Kate und William sind eben einfach ein eingespieltes Team.